Was geht aufs Kanal am Start nächsten Video auf meinem Kanal, wenn wir jetzt heute das siebte Türchen unseres Mailtex-Adventskanal da Das war gerade meine Flasche Boom auf jeden Fall das siebte Türchen heute am Start Genau, auf jeden Fall war gestern Nikolaus Tag und dementsprechend waren da 3 Kerzchen drin Wenn ihr das Video auf jeden Fall nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr ja in den Videos rundher scrollen Und auf jeden Fall das gestrige Türchen angucken Aber das siebte Türchen ist heute am Start, es ist heute in einem schönen Blau gehalten In einem schönen Blau Gestern war das ja auch in blau Auch in blau Zack 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 Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir einfach mal das Türchen und da verbergen Oh, die neuesten ist ganz schön weit offen schon Und es sind wieder schöne zwei Kärtchen drin So, zack zack zack, das kommt weg Ja, der Kalender lehrt sich Der Kalender lehrt sich so allmählich Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit der Karte an Es ist nämlich hier Hey, ich glaube den brauche ich noch Von Magdeburg habe ich nämlich einen Und der kommt mir nicht so bekannt vor Der kommt mir nicht bekannt vor Von Magdeburg Nils Butzen Nils Butzen Von Magdeburg Aus der zweiten Fußball Bundesliga Und auf jeden Fall Mainz 05 Mainz 05 Angriff Es ist nämlich Ein Bundesliga-Moment Eine Bundesliga-Moment-Karte Pablo de Blasis Pablo de Blasis Zack Hier am Start Gut, dann würde ich sagen, das tippte Türchen Abhaken Und wir sehen uns dann auf jeden Fall Beim achten Türchen wieder Ja, beim achten Türchen Das findet sich Nämlich Hier rechts Also Von euch gesehen links Von euch gesehen Ne Wie seht ihr das? Ja, links ne Von euch gesehen links Hier Das achte Türchen In einem schön blau-geil Ich bin raus und sage Bis morgen Auf jeden Fall bis morgen Ja, nee, bis dann Bis dann Wir sehen uns dann ja noch Nämlich bei dem Ravensburger 3D Bundesliga-Moment-Kennettler Ja, das ist geil, Boker Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal